Spaltenverwaltung, Bischof, schönen guten Tag. Bischof, schönen Tag. Bischof, schönen Tag. Bischof, schönen Tag. Bischof, poisonous. Bischof,aces. Bischof, schönen Tag. Acht, jetzt, kneife ich mir im Sack. Ich weiß alles. Opfer. Was für Opfer? Ja, Opfer. Ja, jetzt bist du mundtot, ne? Ja, bullshit, Alter. Gar nichts weißt du. Pass mal auf, was du sagst. Das klau ich dir in deine Nase. Und wie nachdem komme ich einer richtig zu, weil du lebe ich tief. Noch ein paar neue Infos. Ja, natürlich. Oh, weißt du, was der Hammer ist? Ein Werkzeug. Einen neuen Flasche gekauft. Ein was? Einen neuen... Einen neuen... eine Slashe-Eisen-Maschine. Und du? Ja, Anleitung war zu ungenau. Mein Penis hing im Toaster. Waschen, Alter, was geht? Dieter? Ja? Äh, bei mir ist die ganz flach an die Decke, da komme ich nicht dran in meine Tasche. Das verfolgt mich. Das verfolgt dich. Oh, die Abholung ist da. Ich komm nicht mehr los. Ich komm nicht mehr los. Ich weiß nicht mehr was. Ich hab auch eine sehr lange Leitung und eine dicke, auch gleich. Nice, da sind wir schon zwei. Ich hab dich aber am Arm genommen, weil ich dich heute Abend flanken will. Und dann lass uns rein. Oh, wiii. Und du bist Papi. Ich... Nimm dich gar nicht mehr bei G-G-M-A-Ted aus. Was ist das denn zu creepy Ding da hinten, Alter? Richard, guck mal da durch. Boah! Fuck! Pfff! 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 Als wär nicht ein Kopf wär. Achja, ich red ja auch mit dem Kopf. Au, au, au. Wie hieß mit dem? Pfff! Guten Tag. Tschüss. Sie müssen jetzt nicht hinterher springen. Hallo. Hallo. Äh. I'm in the fucking blood. I'm in the fucking touch this guy. I'm in the fucking touch this guy. I'm overrated. Hahaha. We haven't eaten a bunch of people. I'm sorry. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was? Was? Wie sehen Sie denn heute aus? So durchtrainiert? Ich fahr grad... Oh, er hat wohl gesammelt gerade. BAM! Ey, Puppe, die Ruder vor meinem Dach! Ey, haha! Ich hab ne Puppe gemopft! Hahaha! Was ist denn mit dir, Alter? Ich hab ne Puppe gemopft! Ja, natürlich Mutti! Hahaha! Was ist denn mit dir, Alter? Was ist denn mit dir? Ich hab ne Puppe gemopft! Mit deiner Stimme, Alter! Gehnt so? Jacqueline, geh an! Jacqueline! Hans, geh zur Klaufer! Das ist der Klaufer! Kannst du die Uniform anlassen? Äh, na, die müssen ich mir auf die Klaufer gestern. Die dürfen wir nicht... Und Brian rät grad ne Weine draus, das will er nicht hören. Hahaha! Gangwar Server! Peng Peng! Ratatatatata! Müssen wir nur noch 4 zu 3 einstellen. So, hier... Am besten noch ein neues Fahrenkreuz und den hier. Ja! Und Gute Musik! Ja, es gibt Prioritäten, Schatz. Ja, die Priorität ist, die Stadt soll nicht explodieren. Nein, nein, keine... Nein, nein, keine Priorität... Nein, Schatz! Die Priorität, die der Herr eben nannte mit Küchen, das war schon richtig bei dir. Mit Kü... Drei... Zwo... Eins... Und... Go! Hahaha! ...mir abschieben und du drückst dich von der Arbeit! Wie? Ja? Ist dir dabei das Step warm? I'm stuck in Step, Bro! Aua! Lass mal sehen. Ich wusste es besser. Was hast du für eine Schnauzige? Warte, ich ess mal eine Zitrone. Ich hab die Maske abgenommen. Warum guckst du so? Du siehst so aus, als wenn deine Mutter sich mit Nachgeburt gefüttert hat. Hallo! Hallo! Lass mal Nox anhalten. Hallo! Hallo! Ja, wir brauchen einen Abschlag. Was ist denn mit dem? Nein, nein, nein. Kam nicht durch. Runtergefallen am Ostersonntag. Oh nein! Nein, 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 nein! Das ist ein Idiot, ist das, Mann! Alles klar, leider freuen sich gut, tschüss. Äh, äh, haut mal hier, äh, für die anderen, äh... Guck! Oh nein, nein, nein... Okay... dann werde ich einmal kurz sie hatte schwarz an ich habe sie nicht ich fuhre mit 200 sachen über sie hinaus jetzt kommt sie an sie liegt wieder klaus kniescheibe kaputt rhythm im arsch was soll ich fahre über ich bin ich drauf stolz jetzt muss sich auf dem sofa die hochzeit ist in der luft ich glaube wenn ich jetzt noch was böse sage erne ich in der gruppe